Musik Wir waren hier eben auf der Panorama ein bisschen zusammen unterwegs und ich sag mal deine ersten Eindrücke hiervon. Also ich war angenehm überrascht, zumindest die ersten Eindrücke haben mich sehr inspiriert. Ich hoffe sehr, dass vielleicht jetzt hier eine Menge Einkäufer sich das trauen und mal diese außergewöhnlichen Schnitte und Formen und Farben und Designs irgendwie in die Läden bringen, weil dann hättet ihr einen Kunden mehr. Musik Wie sollte sich ein Mann anziehen oder was findest du gut am Styling von einem Mann? Ich mag ja alles bequem sein, aber das Kriterium kann nicht sein. Buntwäsche, 40 Grad, also schaut, was passt zu mir. Aber ansonsten wäre es nicht schlecht, sich in der klassischen Herrenmode zu orientieren und das muss nun wahrhaftig nicht aussehen, dass ich nachher wie ein englischer Landlord rumlaufe, sondern ich muss natürlich Kreativität auch beweisen, weil die Attitüde ist bei allem wichtig, wie transportiere ich auch meine Kleidung. Musik Ich habe gehört, du gehst sogar hier in Berlin auch in die Clubs, stimmt das? Ja, das tue ich sehr gerne und ja, da tauche ich gerne ein in die Clubs und ja, schanze meine Batterie, mein Akku wieder voll. Musik